Okay, von mir aus motorierst du gerne an, wie du willst. Ja, kannst du gerne machen. So, ich muss noch mal ganz kurz aufs Mikrofon schauen, man weiß auch nicht bei der Scheiß. Beide Lampen leuchten. Jawohl, sehr schön. So Freunde, hallo, wir sind hier auf der IWA 2024, unschwer zu kennen, bei Dendler. Endlich kann ich einmal das Ding live anfassen. Neben mir steht der Thomas Haas, der stellt mir jetzt das Gerät mal vor und ich kann euch schon auf jeden Fall vorausschicken, es wird irgendwann die Waffe auch für uns Linkshänder geben. Jawohl, so ist es, Basti. Also, herzlichen Dank für deinen Besuch. Kein Thema, endlich. Jawohl, liebe Weidwerker da draußen, wir haben uns tatsächlich wieder was total Neues und Innovatives für euch einfallen lassen. Die DR-21, Profi-Workzeug für die Jagd, ja, im 21. Jahrhundert. Was war das Ziel davon? Wir wollten eine unfassbar führige Waffe machen, ja, die soll maximal sicher sein, natürlich super präzise Schussergebnisse ausweisen und noch einfach in der Handhabung sein, ja. So fühlt sich's an. Genau. Also, wirklich coole Sache. Ja. Da hat sich mein Kollege dann einfach mal Gedanken gemacht, ja, wie kriege ich jetzt eine kürzere Waffe hin, ohne einfach nur die Läufe abzuschnellen, wie die anderen das machen, ja. Weil ich will ja keinen Leistungs- oder Präzisionsverlust haben. Richtig. Und da ist schon mit dem Konzept hier ums Eck gekommen. 87 Zentimeter Gesamtwaffenlänge bei einer Lauflänge von 52 Zentimeter. Also, ihr habt im Endeffekt in Anführungszeichen Standardlauf drin und seid immer noch unter 90 Zentimeter. Das ist unfassbar führig. Das ist extrem. Und woher kommt der ganze Spaß? Der kommt daher, weil wir einen abklappbaren Abzugsbügel hier haben mit einem Einschubmagazin, ja. Dieses Einschubmagazin hat 7 plus 1 Magazininhalt bei Mini-Kalibern und 5 plus 1 sind Standard und Magnum Patronen, ja. Die Ideale, du drückst ja auch Taster, brauchst jetzt ständig nachladen. Absolut, so ist es. Und weil dieses Magazin hier positioniert ist, im Gegensatz zu konventionellen Repetieren, die haben das Magazin vor dem Abzug, die A8 zum Beispiel, die hat es über dem Abzug und wir haben es jetzt in Hinterschaft integriert. Deshalb sparen wir uns 20 Zentimeter, ja. Das Wahnsinn. Von dem zu konventionellen Repetieren und 10 Zentimeter zu einer A8 zum Beispiel, ja. Das heißt, du bist halt wirklich unfassbar führig. In Zusammenfassung, unfassbar führig, weil Magazin hier. Magazin hier und du bist weit unter Meter. Exakt, weit unter Meter. Dann schalte einfach drauf, wenn du einen guten Aufbrunnen hast, bist du bei unter Meter. Exakt, so ist es. Ja, saugeil. Ja, und hier maximale Sicherheit. Handballenspannsystem, ja. Das heißt, jetzt ist die Schlagbolzenfeder, hundertprozentig unter Spannung. Das heißt, jetzt kann ich abziehen und schießen. Sobald ich hier den Druck reduziere, geht nichts mehr. Oder die Hand, genau, loslasse, ist die Waffe wieder hundertprozentig sicher. Du kannst also keinen Handballenspanner vergessen, hast der auszusehen eine geladene Kanone auf der Rückbank und schießt ein Loch in die Türe oder sonst wo hin. Der Klassiker. Der Klassiker, genau, das wollen wir nicht. Du musst auch nicht umgreifen hier, ja. Keine Schälterchen und Schieberchen. Einfach hier rein. In dem Moment, wenn du die Waffe einfach stark anfasst, vorm Schuss, spannst du sie eigentlich intuitiv, ne. Exakt. Du hast die Psyche in die Schulter rein, spannst sie und dann kannst du abschlagen. Oder eben halt, wenn nichts ist, dann lässt du los, ist die Waffe wieder hundertprozentig sicher, ja. Genau. Das ist ein Teil der Sicherheit. Der zweite Teil, den haben wir hier. Wir haben einen gerade Zug, repetierer, ja, mit einem Drehkopfverschluss. Dieser Drehkopf hat sechs Verriegelungswarzen, 120 Quadratmillimeter Verriegelungsfläche. Das heißt, da bist du oberhalb von Mauser 98 unterwegs, ja. Also das Ding ist hundertprozentig sicher. Okay, ganz kurze Frage zu der Verriegelungsfläche. Da fragen immer viele, ja, ich habe keinen Vergleichswert. Also, ist das viel oder wenig? Ich habe davon keine Ahnung, ich bin ja kein Füchsenmacher. Ja, also 120 Quadratmillimeter, sagen wir, sind 20 bis 30 Prozent mehr, wie es zum Beispiel eine A8 hat oder eine Mauser 98, ja. Okay, also da hört das, ja. Also da sind wir schon eine ganze Ecke oben drüber, also das ist echt kopsicher, das Zeug, ja. Super. Sieht auch so ähnlich aus wie ein A15-Verschlusskopf, der ist ja auch millionenfach bewährt. Ja. Kann man auch wechsellos entnehmen, ja, einfach den Auszieher zur Seite schieben, rausnehmen. Waffe wird unbrauchbar dadurch, ja, beziehungsweise kann ich einfach und schnell den Kaliberwechsel durchführen. Das ist eigentlich der Klassiker, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ne, irgendwie Jagdurlaub, geh aus dem Hotel raus und nimm das Ding mit, ne. Exakt so ist es. Das ist der Klassiker. Ja, das ist der Klassiker. Ja, top. Andere Seite haben wir dann, das haben wir den Hauptgrund für unsere tolle Präzision, ja. Nur eine Schraube, habe ich schon tausendmal gehört, aber das ist natürlich... Genau, also mit einer Schraube lösen wir hier unseren Austauschlaufeinheit, ja. In Sekundenschnelle. Ja, Wahnsinn. Ja. Und haben dann tatsächlich hier einen Stahlstift drin und einen Niederzugkeil. Und zwischendrin 1400 Quadratmillimeter Laufbettung. Das heißt, wenn ich hier diese, genau, wenn ich diese Nase hier einsetze, zieht mir dieser Niederzugkeil, diesen Lauf unten auf die Laufbettung und schiebt mir den an den Stahlstift. Das heißt, ich habe immer wieder exakt dieselbe Positionierung von dem Lauf und deshalb keine Treffpunktabwechung und dergleichen. Und diese Laufbettung, die du gesehen hast, die macht halt an sich eine super gute Präzision, ja. Das heißt, selbst mit günstiger Munition, ich sage mal S&B oder so, schießt die da immer noch unter 25 Millimeter und zwar ohne jetzt größere Probleme. Ja, hör mal, was willst du da mehr? Ja, das ist ein geiles Gerät. Als Ziel von Rohmontagehersteller haben wir hier natürlich entsprechend logisch... Ich gehe davon aus, Dändler. Ja, exakt. Eine grundständige Basis oder Basis Vario integriert. Wobei diese Vario hier den Charme hat, die ist tatsächlich auch in der Höhe linear einstellbar, ja. Das heißt, im Zubehör ist es ja aktuell immer noch so, dass du da einen Exzenter drin hast. Das ist ein bisschen knifflig, der läuft eben auf so einer Parabel, ja. Da muss man ein bisschen Gefühl entwickeln dafür, wie man den einschießt. Hier, hier hast du tatsächlich ein Teilstrich ist ein Zentimeter Linearverstellung in der Höhe, also einfach einzuschießen. Und dann haben wir hier eine höhenverstellbare Schaftbacke, wird allerdings in 98 Prozent der Fälle genau in dieser Position bleiben, weil wir hier eine sehr niedrige Visierlinie haben, ja. Und am Schaftende haben wir noch entweder fixe Schaftkappen in drei unterschiedlichen Längen oder hier was Längenverstellbares und gedämpftes, ja. Also kann ich hier in der Länge verstellen. Das ist dann, glaube ich, der Unterschied zum Standard und der gehobenen in Anführungszeichen, richtig? Einer der Unterschiede, hier Längenverstellbar und gedämpft. Hier habt ihr eine Basis Vario drauf, die einstellbar ist, auf der Standardwaffe nicht. Ja. Und dann haben wir hier drin noch ein kleines Geheimnis, das nennt sich automatische Repetieranschläge. Die machen wir auch. Das heißt, ich nehme hier die Schaftbacke ab und jetzt habe ich Endlagengedämpfte Repetierweganschläge, die über das Magazin gestellt werden. Seht ihr das? Das bewegt sich, wenn ich hier zuklappe. Ja. Das heißt, dieses Magazin wird hier an diesen Flächen abgetastet über diese zwei Hebelchen. Das weiß ich natürlich nicht, ob man das irgendwie sieht, ja. Ich mache da noch eine Klaus-Abkammer. Ja, diese zwei Hebelchen. Die drücken das hinter? Genau, die fühlen das Magazin ab und dann wissen die, aha, Standard 2, das heißt, da brauche ich die Repetierweglänge und dann stellt sie automatisch diesen Repetierweg ein. Das heißt, wenn ich ein Magnum-Kaliber habe, dann repetiere ich natürlich weiter und wenn ich irgendein Schonzeit-Kaliber habe, dann ist der Repetierweg kürzer. Exakt, so sieht es aus. Das ist natürlich auch stramm. Ja, du sagst es, genau. Und so setzen wir die einfach wieder auf, fahren die nach unten, drehen wieder zu und dann sind wir mal so weit in den technischen Features durch. Was noch interessant ist, die Waffe liegt ungefähr bei 3,8 Kilo. Ja, je nach Ausstattung plus minus. Wir haben die Waffe im Angebot aktuell in 3.08, 6, 6, 8, 7, 5, 2,3, jetzt waren es 300 Winmark. Das habe ich schon gesehen bei der Franconia. Ja, ja. Frage, kann man die bei euch direkt erwerben oder geht es nur über die Franconia? Das geht nur über die Franconia, ja. Alles klar, gut. Weil das ist unser Vertriebspartner. Ja, alles klar. Jawohl. Ähm, genau, das Gewicht haben wir ja. Ja. Zwei Punkte habe ich noch, kurz bevor du dann tatsächlich loslegen darfst, gerade von euch da draußen. Ganz wichtig, wir haben hier eine Kammergriffsparre, ja. So wie viele andere Handspanner eben auch. Die Push-Funktion so. Ja, genau. Wenn ich also hier einfach mit dem Daumen etwas eindrücke, dann kann ich oben aufmachen zum Entladen, ja. Schön, top. Genau. Wenn ich abgeschlagen habe, dann natürlich geht das ganz normal zum Repetieren. Wichtig einfach nur, damit ihr hier den Hebel nicht abreißt. Genau. So schaut das gute Ding hier aus. Ja, für mich ist es immer, das ist ein schönes Gewehr, wo man einfach sagt, es ist hopp oder top. Ja. Mir persönlich gefällt es top. Und einer anderen Seite ist es nicht so mein Fall. Also ich finde es geil. Ja. Ich will jetzt einfach einmal mit links anfassen, ob ich es schaffe, mit links zu spannen. Fakt ist auf jeden Fall, man merkt natürlich, dass da die Ergonomie für die rechte Hand ist. Aber jetzt schauen wir mal, ob ich es schaffe. Ja, mal bei 10. Also wenn sie auf geht, habe ich sie komplett gespannt. Wunderlos. Loslassen. Zumachen. Schlage ich mal ab. Jawohl. Also funktioniert. Mein Thema. Gott sei Dank. 800 Gramm Direktabzug. Ja, das ist fast wie Stecher. Das ist also ein ziemlich geiles Ding. Ich freue mich natürlich, Freunde, wenn das Ding endlich für Linkshänder verfügbar ist. Bis ich habe vorhin schon irgendwas gehört von ungefähr einem Jahr. Ja, also Anfang nächsten Jahres soll es soweit sein. Ja, wir hoffen, dass wir das hinkriegen, weil wir aktuell gerade komplett überrannt werden. Mit richtigerweise, richtigerweise sagst du, jeder hat eine Meinung dazu. Wir sind in aller Munde mit dem Ding. Es polarisiert logischerweise. Muss es. Innovation bedeutet natürlich einmal, es gibt ein bisschen anderes Design. Es gibt ein bisschen andere Handhabung. Ja, aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Da haben wir mittlerweile auch schon Waffen draußen. Also wir liefern schon. Da sind es schon Jäger, die schicken mir jeden Tag Bilder von den erlegten Schweinchen und so weiter. Also das geht richtig gut los hier. Ja, ist wie gesagt ein geiles Konzept. Ich habe es in einem meiner Videos einmal angeteasert, die Waffe. Und vom System her habe ich es ein wenig verglichen mit der Jägerle J1. Es ist ein ähnliches Prinzip und ich finde das persönlich, meine Meinung, deutlich sicherer und besser als beispielsweise irgendein Spannschieber wie bei der R8, die ich auch führe. Absolut, absolut. Also ein Spannschieber kannst du halt vergessen. Ja, hast du halt vielleicht, wenn du hast, ein Loch im Kopf hinterher. Ja, das ist das Problem. Wenn ich nämlich im Jagdfieber weiter pürsche, der Sau hinterher, habe repetiert und nicht entspannt, wird es gefährlich. Exakt. Hier ist in dem Moment, wenn ich hier schon, ich glaube, so ist es schon vorbei. Ja, so ist es schon vorbei. Also ich denke, viel sicherer wird es nicht gehen. Geht nicht. Also ich habe hier auch genügend Geschichten schon gehört. Ja, jeder Jäger nahezu hat es schon mal vergessen zu entspannen. Ja, und dann erzählen sie dir die wildesten Geschichten. Also da haben sie Löcher in den Hüten und keiner hat sich in das Hinterteil geschossen im Auto. Ja, das ist einfach nur Glück. Ja, exakt. So ist es. Top. Also, Freunde, ihr seht, schaut euch die Waffe an. Für die Linkshänder noch ein Jahr Wartezeit. Und die anderen dürfen uns gleich kaufen. Ja, ein Jahr noch. Ich bin auch Linkshänder. Ja, ja. Und dann zuschlagen. Bis dahin, habt eine geile Zeit. Macht's gut. Ja, ja.